Und jetzt? Schießt doch! geil ist ja nicht so als wäre dieser rot angemalte fahrradweg irgendwie auffällig stellen wir uns daneben nicht erhältst du irgendwie krankenwagen er macht nichts das ist zum ersten mal dass ich gehört habe dass ein krankenwagen irgendwie spricht über seinen lautsprecher oder so ich meine den hat man doch schon eine halbe stunde vorher gehört und der typ chillt einfach an der ampel und macht nichts er hätte nur zur seite fahren können ja alter und jetzt kann er wieder vorwärts und der fahrradfahrer der doch bestimmt rot ja was machst du? Junge, Junge, Junge ja der fährt da einfach ohne zu gucken einfach rum Corros Entschuldigung von hinten bist du gar nicht zu sehen durch besser ein reflektor noch ein licht also zum glück sind ja nicht da dadurch sonst durch noch überfahren euch gerade bescheid sagen bevor noch etwas passiert Der liest ein Buch auf dem Fahrrad. Ach du Scheiße, Alter. Und dann wundern sie sich, warum so viele Leute mit dem Fahrrad sterben. Machen sie das mit dem Auto auch in der Gegenfahrbahn fahren? Das war aber eng, oder? Ja, finde ich auch. Da sind wir ja einer Meinung. Ja, das kann ich doch auch machen. Und über Rot, na klar. Und auf den Gehweg, hajo. Da tut ihr Tochter noch drüberwinken. Ja komm, fahr drüber, fahr drüber. Ey, was soll denn das? Weißt du, das ist... Das war's. Das war's. Das war's. Da. Das war's.